Hallo ihr Lieben, ich habe heute für euch das versprochene Charm-Update bzw. Bustel-Update. Und fangen wir mal mit den Fimo-Sachen an. Als erstes habe ich hier so einen kleinen Notizhalter mit einer großen Büroklammer. Und ja, das soll ein Mame-Goma sein, mein erstes. Und hier habe ich dann noch solche, ja, sowas ähnliches wie Wellen halt, ja, formuliert. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut dazu, weil das sah auch so ein bisschen leer noch aus, deswegen habe ich da noch was hingemacht. Das Ganze ist hier auf so einem Sternchen-Untergrund, den habe ich mit der Hand geformt. Ja, ich finde den eigentlich ganz süß. Und als nächstes habe ich hier einen Schlüsselanhänger. Das ist ein großer Cupcake mit so ein paar Cane-Scheiben oben drauf. Und ja, solche Glasur, ein paar Mikroperlen. Dann ist hier ein Schleifchen dran. Ja, und einfach eine Perle mit einem Made-Wolf-Love-Herzchen. Und eine kleine Tafel Schokolade. Und dann habe ich hier noch so einen großen Filzanhänger. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Ich glaube, in einem Haul. Das ist schon ewig her. Und ja, jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, damit was zu machen. Und zwar habe ich hier einfach so ein paar Perlen rangehangen. Und ja, so ein Pilz-Charme, so ein Glücks-Pilz-Charme. Und hier oben war irgendwo noch, genau hier, ein Klee-Blatz-Charme. Ja, ich mag den eigentlich echt gerne. Es ist sehr simpel, aber es hat Spaß gemacht. Ich mag in letzter Zeit auch sehr gerne diese ganzen, ja, so verschiedene Perlen zu kombinieren und die mit ranzuhängen. Ich finde das, ja, wie bei den Cupcake hier zum Beispiel, ich finde, das sieht einfach schöner aus, wenn da noch ein bisschen mehr mit dran hängt, als wenn einfach nur das Schimo-Teil da dran ist. Und ja, dann der Schlüsselanhänger, das sieht immer so ein bisschen nackig aus. Ich glaube, das war meine erste. Ne, ich glaube, das war die zweite, genau. Meine zweite Eule, die hängt hier an so einem Handyband dran. Und hier habe ich einfach so eine Perle als Zwischenstück gesetzt. Ja, und dann hängt da noch so ein kleiner Charme dran. Da steht drauf, Made with Love. Und ja, ich finde sie eigentlich ganz niedlich. Ich habe sie jetzt vor kurzem auch, ja, so eine ähnliche nochmal nachfimuliert. Das ist diese hier. Die habe ich jetzt lackiert, deswegen glänzt die so schön. Und ja, die hat auch wieder so diesen marmorierten Effekt. Ich mag das ganz gerne. Ich weiß noch nicht, wo ich die ran hänge, ob ich da auch ein Handyband dran mache oder einen Schlüsselanhänger oder so. Oder ob ich die an eine Brosche mache. Mal gucken. Ich kann euch auch meine erste mal zeigen, aber ich finde sie irgendwie gruselig. Ich weiß auch nicht. Ja. Da habe ich auch noch nichts weiter mitgemacht. Ja, also das ist meine erste Eule. Die sieht irgendwie auch komplett anders aus. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich hatte irgendwie ein Bild, wo ich versucht habe, das nachzumachen. Aber irgendwie ging es dann in eine komplett andere Richtung. Ja, ich finde sie jetzt nicht schlecht oder so. Aber sie sieht halt irgendwie, weiß ich nicht, anders aus halt. Ist auch schon ewig her, also bestimmt schon ein paar Monate. Ja, das waren die Eulen. Dann habe ich ein paar Ohrstecker gemacht. Das sind diese hier. Das sind einfach solche Blümchen. Mag ich ganz gerne. Ein bisschen mit so Goldpuder und, ähm, ja, so einem pinken Pigment, ähm, ja, bestrichen. Und, ah, fast vergessen. Passend zu den Eulen habe ich jetzt hier auch noch, ähm, gestern solche kleinen gemacht. So einen ähnlichen habe ich schon mal gemacht. Und zwar werde ich daraus hier wieder, ähm, Ohrstecker machen. Ich kam jetzt nur noch nicht dazu, das, ähm, ranzukleben, weil ich habe heute, also ich habe die ja gestern erst fertiggestellt und, ja, werde ich aber demnächst dann noch machen. So, und wie man sieht, sind die winzig klein. Das ist immer eine ziemliche Fummelarbeit mit diesen, ähm, kleinen Dingern für die Ohrstecker. Aber ich mache das total gerne, solche winzig kleinen Tierköpfe und so. Ja. Von den anderen, ähm, die habe ich ja leider nicht mehr. Da kann ich euch vielleicht am Ende des Videos noch ein paar Bilder ranhängen. Werde ich wahrscheinlich sowieso machen von so Sachen, die ich jetzt, ähm, schon in Tauschpäckchen weggegeben habe. Ich weiß nicht, ob ich alles fotografiert habe. Manchmal vergesse ich das nämlich auch. Aber ich glaube, so das meiste habe ich doch schon drauf. So, und dann habe ich noch ein paar Ohrstecker, äh, beziehungsweise Ohrhänger. Und das sind diese hier in Bronze mal. Muss unbedingt mehr mit Bronze machen. Mir ist aufgefallen, ich mache irgendwie total viel silbernen, äh, Schmuck. Und Bronze eigentlich fast gar nicht. Was ich echt schade finde, weil ich das total gerne mag. Ja, das sind hier einfach solche kleinen Medaillons. Mit solchen süßen Pfötchen da drin und roten Schleifen. Das ist eigentlich so ein, ähm, ja, Bordeaux-braun-rot. Also auf jeden Fall so ganz dunkel. Jetzt in der Kamera sehen sie etwas heller aus, als sie wirklich sind. Ja, ich mag die echt gerne. Werde ich demnächst sicherlich noch ein paar mehr machen. Das nächste ist hier so ein Taschenbaumler. Oder, naja, man muss es nicht an die Tasche hängen. Man kann es auch woanders hinhängen. Das ist hier einfach mit so einem ganz hellrosanen Schleifenband und einer bronzefarbenen Bänderklemme. Und da hängt auch wieder so ein kleines Medaillon dran. Auf der einen Seite ist so eine kleine süße Schildkröte. Und auf der anderen eine süße Giraffe. Beziehungsweise der Kopf von der Giraffe. Ja, und dann hängen hier noch so ein paar Perlen dran. Und so ein Acryl-Blütenkelch. Mag ich echt gerne. Ich sicherlich irgendwann auch noch ein paar mal. Dann habe ich noch mehr Taschenbaumler gemacht. Aber nicht mit Band, sondern mit solchen großen silbernen Karabinern. Karabinerhaken. Und hier ist so ein... Ja, die Fläschchen werden bestimmt einige kennen. Das sind diese Fläschchen aus dem Teddy, wo die Glitzersteinchen, Strasssteinchen drin sind. Da habe ich hier eine Schleife drüber gemacht, einfach. Und hier ist auch so ein Acryl-Blütenkelch. Die mag ich mega gerne. Die sind wunderschön. Und ja, hier unten hängt so ein Schmetterling dran. Ich fand das einfach sehr passend. Und auch wieder mit ein paar Perlen. Eine Blumenperle. Und die mag ich auch sehr gerne. Die sehen so kristallmäßig aus. Hier oben noch solchen kleinen. Ja, davon habe ich auch noch mehr gemacht. Und zwar diesen hier. Wieder mit dem gleichen großen Karabinerhaken. Und ja, hier überlege ich auch noch, ob ich da solche Schildchen draufklebe. Ich habe das jetzt schon ganz oft im Internet gesehen. Da haben dann die Leute solche kleinen Schildchen draufgebracht. Und dann stand da sowas wie Einhornblut oder Feenstaub oder sowas halt. Mal gucken, ob ich das noch machen werde oder ob ich so lasse. Ich finde es eigentlich so auch sehr schön. Auf jeden Fall hängen da auch wieder Perlen dran. Hier ist so eine Herzperle. Ein paar Glöckchen hängt da noch mit dran. Und hier so ein paar ganz kleine Perlen in so Regenbogenfarben. Ich habe nämlich unglaublich viele von diesen Rockerlperlen oder wie die heißen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Ein paar hänge ich dann manchmal in so Schmuckstücke. Aber viele von diesen Perlen sind einfach auch viel zu klein, als dass man die durch so einen Kettelstift durchkriegt. Und das ärgert mich dann total, weil damit kann ich dann überhaupt nichts anfangen. Und ja, bei denen hatte ich jetzt hier Glück, aber da musste ich auch ganz schön suchen, bis ich passende gefunden habe, die da durch diesen Kettelstift durchgepasst haben. Alle anderen waren irgendwie dann, da war das Loch dann zu klein. Und das ist einfach nervig irgendwie. Ja, aber trotzdem gefällt mir der Anhänger ganz gut. Dann habe ich hier auch noch so einen gemacht. Einen Moment. Und so nochmal mit so einem Fläschchen. Das ist jetzt hier ein rosa, lila und dann nochmal rosa. Also da wollte ich so einen Streifeneffekt irgendwie machen. Naja, ist mir jetzt so eher semi-gut gelungen, würde ich sagen. Und da oben hängt wieder so ein kleines Schleifchen dran. Solche Sternenperlen hängen da noch mit dran. Da habe ich mir mal vor Ebay vor ganz kurzer Zeit ganz, ganz viele gekauft. Also keine Ahnung, 200 Stück oder so. Und ja, ich mag die. Die sehen irgendwie cool aus. Ein Glöckchen hängt auch wieder dran. Und das Ganze ist hier an so einem rosanen Handyband befestigt. Ja, da ist jetzt hier in dem Fläschchen so gelber Glitzer halt drinne. Wieder so eine Acrylblüte. Und hier oben so ein Zwischenstück in Silber, in einem großen Herz. Hier ist auch noch eine kleine Herzperle. Und wieder ein Glöckchen. Oh, und genau, so ein Acrylblatt hängt auch noch mit dran. Das ist jetzt an einem gelben Handyband. Und ja, das mag ich eigentlich auch echt gerne. Zu guter Letzt habe ich dann noch ein Fläschchen gemacht in lila. Das ist hier an so einem ganz kleinen Schlüsselring. Den hatte ich mal in einem Tauschpäckchen drin. Und mit einer lilanen Schleife. Ja, und dann hängen hier einfach so ein paar Perlen und so ein Charme mit einem Mond und einem Stern dran. Finde ich auch sehr, sehr schön. Also die Fläschchen mache ich zur Zeit super gerne, weil, ja, die gehen einfach schnell und sehen echt hübsch aus. Außerdem habe ich total viele davon. Und ja. Genau. Dann habe ich noch mehr mit Perlen gemacht. Und zwar einmal so einen kleinen Perlenengel hier. An einem Karabinerhaken. Ich habe auch noch viel, viel mehr gemacht. Die meisten habe ich auch zu Weihnachten an die Familie und Freunde und Bekannte verschenkt. Deswegen kann ich euch jetzt nicht mehr so viele zeigen. Aber auf jeden Fall habe ich da noch ein Armband draus gemacht. Deswegen kann ich euch da jetzt irgendwie nicht mehr so viel davon zeigen. Hier ist auch noch ein anderer. Der ist ein bisschen heller. Wo habe ich denn jetzt den anderen gemacht? Hä, wo habe ich denn jetzt den anderen dann gemacht? Ach, hier. Gefunden. Ja, die sind wirklich winzig klein. Man sieht das schon. Einfach so kleine Charmanhänger. Und daraus habe ich nämlich hier ein Armband gemacht. Die Leute, die auf Facebook meine Gefällt-mir-Seite geliked haben, werden das vielleicht schon kennen, weil ich glaube, ich habe es da gepostet. Ich kann euch das Bild auch gern nochmal im Video jetzt mit reinsetzen, weil da sieht man es vielleicht doch etwas besser. Ich kann es ja mal so umlegen. Es ist hier alles so in lila gehalten. Da sind so kleine Flügelchen noch mit dran. Und ja, es wird dann halt immer heller. Also zuerst ist es so ein ganz dunkler. Und dann werden die immer heller. Es lässt sich jetzt hier ein bisschen schwierig zeigen in dem Video. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem halbwegs erkennen. Ja, ich mag es total gerne. Also Armbänder dauern zwar immer eine Weile, aber die mache ich zurzeit wirklich gern. Hier sieht man es nochmal im Ganzen. Ja, wunderschön. Und ja, als nächstes habe ich dann ganz viele Cupcakes gemacht. Ich habe auch noch ganz viele große Cupcakes gemacht. Aber ich fürchte, die habe ich auch nicht mehr. Ja, ich sollte wohl wirklich vorher irgendwie das mal filmen oder fotografieren wenigstens. Aber wie gesagt, ich vergesse das dann einfach immer. Hier ist auf jeden Fall einer in rosa. Der ist hier an so einer Kugel, an so einem Kugelkettchen dran. Und da oben sind solche Drachenfruchtstückchen drauf. Ja, da habe ich hier auch noch so einen blauen. Mit einem blauen Schleifchen an so einem kleinen Schlüsselring wieder. Und ja, da ist so eine Herz-Cane drauf. Ich finde das echt hübsch, wenn man da so diese ganzen kleinen Canes drauf machen kann. Und blaue Mikroperlen sind auch mit drauf. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon mit der Mold von der lieben Tina, die sie mir eingepackt hat. Die ist echt wirklich richtig super. Ich habe nämlich auch genau solch eine Mold für die großen Cupcakes. Und ich mag die total gerne. Also die formen wirklich richtig super gut ab. Die andere, die ich davor hatte, die war wirklich irgendwie Käse. Die war aus diesem Silikon-plus-Baby-Puder-Gemisch. Und ich weiß nicht. Ich finde die Molds formen nicht so schön ab, wie Molds, die aus diesem Gießsilikon oder dem Knet-Silikon gemacht sind. Und deswegen benutze ich die halt auch viel, viel lieber, als diese Molds mit diesem Baby-Puder und Silikon. Klar, weil man gerade nichts anderes hat. Zur Not geht das natürlich auch irgendwie. Aber ja, die anderen sind einfach besser. Aber haben natürlich dann auch dementsprechend ihren Preis. Dann habe ich hier noch mehr Rosane gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich so viel Rosane gemacht habe. Von oben sieht der so aus. Da sind, glaube ich, silberne Mikroperlen drauf. Aber nicht sehr viele, sondern nur ganz ein bisschen. Und ja, an einem Handyband einfach. Hier ist auch noch einer. Da sind kleine Sternchen-Canes drauf. Und ja, eine Sternchenperle, passend dazu. Auch wieder an einem Handyband. Hier habe ich auch noch so zwei Grüne. Kommt jetzt hier in der Kamera leider nicht so toll rüber. Aber das ist eigentlich diese Neonfarbe von Cyanid. Entschuldigung. Ja, also in Wirklichkeit ist es noch ein bisschen mehr Neon. Das Licht ist jetzt hier allerdings auch nicht optimal, weil wir haben es jetzt schon späten Nachmittag und draußen dämmert es bereits und es ist schon halb dunkel irgendwie. Und naja, aber ich denke mal, man kann es erkennen. Auf dem hier sind solche Limettenscheiben drauf. Und hier sind Mikroperlen in grün und Kiwi-Cane-Scheiben drauf. Und die habe ich so ein bisschen lackiert, damit die halt schön glänzen. Und ja. Ja, als letztes haben wir hier einen Fisch. Die habe ich ja schon mal in einem Charme-Update gezeigt. Jetzt habe ich wieder einen gemacht, weil, ja, die machen einfach so viel Spaß. Und ich mag die total gerne. Die sehen auch total hübsch aus. Und man kann die in sämtlichen Farben machen. Hier wollte ich mal so einen pinken beziehungsweise rosanen machen. Aber wie ihr schon seht, ist da irgendwie so was Gelbliches mit drin. Und ich weiß echt nicht, wie das zustande gekommen ist. Keine Ahnung. Das war vor dem Lackieren noch nicht gewesen. Und ich schätze einfach mal, dass der Lack mit dem Pigment, was ich benutzt habe, irgendwie reagiert hat. Oder ja, vielleicht habe ich an den Stellen noch einfach zu viel Lack benutzt. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist es doch ein ganz cooler Effekt, finde ich. Ja. Hier in der Schwanzflosse sieht man das ganz gut. Aber ich mag das trotzdem total gern. Also der Effekt passt irgendwie dazu. Ich lackiere halt die Fische auch sehr, sehr gern. Weil, naja, das passt einfach super gut. Und die sehen dann dadurch so ein bisschen nass aus, als ob die gerade frisch aus dem Wasser kommen würden. Und den habe ich auch so ein bisschen texturiert. So eine Schuppenoptik habe ich dem verpasst. Vorne ist so eine Öse mit dran, damit man den an die Kette hängen kann. Und ja, da werde ich sicherlich auch noch viel, viel mehr von machen. Ja, sämtliche Farben mal ausprobieren. Ja. Das war es jetzt mit dem Fimo-Zeug. Und ich kann euch aber auch noch mal zeigen, was ich sonst noch so gebastelt habe. Und zwar ist das hier so eine ganze Dose voller Schleifchen. Da haben wir hier einmal so ein doppeltes. Die finde ich auch immer sehr, sehr schön. Die dauern natürlich etwas länger als die anderen, aber dafür sehen sie auch sehr schön aus. Und das große Schleifchen hatte ich in einem Tauschpäckchen drinne gehabt. Und ja, da ist einfach dann so ein kleines oben drauf. Und diese Ösen, die hier sind, das sind Biegerringe, damit man das halt wie... Mal gucken, wo habe ich denn jetzt ein Beispiel. Hier zum Beispiel. Damit man das dann da so an die Charms mit dranhängen kann. Dann habe ich einmal so eins gemacht. Zwei davon. Und... Von dem hier habe ich auch zwei gemacht. Ja, ich zeige euch jetzt natürlich nicht alle, aber ihr könnt ja mal gucken. Also es sind wirklich super viele in sämtlichen Farben. Hier ist auch noch mal so eine... so eine doppelte. In lila mit blau. Und schwarz. Und... Ja, so ein dunkles Grün und Pink und Bordeaux Rot. Und hier sind noch mehr in so einem hellen Grün und in Weiß und in allen möglichen Farben einfach. Ja. Keine Ahnung, wie viele das sind, aber ich glaube, die reichen jetzt erst einmal. Ja, ich mache die, wie gesagt, sehr gerne. Und... Als nächstes habe ich dann auch noch solche Briefumschläge gemacht. Wenn ihr ein paar Tauschpäckchen-Videos von mir kennt, dann werdet ihr die sicherlich auch schon mal so ähnlich gesehen haben. Das ist hier einfach mit so ein bisschen Dekotape und so einer Stoffblume. Oder hier so ein rotes mit einer Schleife und einer Erdbeere. Ja, keine Ahnung. Hier ist so ein total buntes irgendwie. Ich mag es eigentlich sonst gar nicht so bunt, aber... ich weiß nicht, was mich an dem Tag geritten hat. Irgendwie ist dabei so ein ganz buntes rausgekommen. Ja, ja. Ich habe auch noch kleine gemacht, wie hier zum Beispiel. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich mag hier die 3D-Sticker sehr gern. Ich fand, es passt einfach super. Ja, die andere Seite habe ich meistens dann so gelassen, weil... ja, das Papier war einfach schon so doll gemustert und ich wollte es jetzt nicht zu überladen machen. Ich finde es einfach schöner, wenn es relativ schlecht gehalten ist und nur so an den Ecken oder in der Mitte so ein bisschen was ist. muss ja nicht immer so mega viel sein. Hier zum Beispiel habe ich auch nur unten an den Ecken ja, so ein paar Halbperlen draufgeklebt, ein Blümchen, so ein Metallblatt und hier auch nochmal. Und auf der anderen Seite sind auch nur noch ein paar weiße Halbperlen drauf. Falls euch das jetzt nicht interessiert, könnt ihr natürlich auch wegschalten, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Vielleicht gefällt es euch ja. Hier ist auch noch einer auch mit so Strasssteinchen. Die mag ich super gerne, um so was zu machen. Dann habe ich noch einen blauen mit silbernen Strasssteinchen und einem kleinen Schleifchen. Von der anderen Seite sieht der so aus. Ja, was habe ich noch gemacht? Ach genau, dann habe ich hier so kleine Döschen ähm, Döschen sage ich schon ähm, wie heißt dann das jetzt? Pappschachteln beklebt. Das ist so ähnlich wie Streichholzschachteln. Da waren jetzt aber keine Streichholzer drin, sondern was anderes. Das ist auch mit Strasssteinchen und Schleifchen und ähm das habe ich aus Fimo gemacht. Ich glaube, da habe ich von der lieben Svanchen ähm, mal so ein Eis bekommen und habe mir das abgedrückt und ja, dann entsprechend mit den Farben so gestaltet. An den Seiten klebt hier so ein Bonbon dran und Strasssteinchen und auf der anderen Seite genau der gleiche. Und hier habe ich noch einen in Gelb und Grün gemacht. Da schimmert so ein bisschen die ursprüngliche Farbe durch. Das war hier so rot gewesen. Aber finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. hier ist auch noch ein Das Eis habe ich glaube ich wieder von der lieben Svanchen bekommen. Und das Papier ist so schön. Das ist dieses Papier vom Action. Hier ist auch noch eins. Ich weiß nicht, ob hier bei dem jetzt die Farben so gut zusammenpassen. Ich finde ja irgendwie nicht, aber die Schachtel jetzt zum Beispiel ist aus Resten entstanden und dann habe ich einfach weil es halt zum Papier gepasst hat die Schleife noch draufgeklebt. Ja. Dann habe ich noch solche größeren Verpackungen gemacht. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ja, die finde ich auch sehr schön. Die kann man hier oben auch so zumachen. Und hier habe ich mit so einer Folie ja, die versucht dahinter zu kleben, aber leider ist die Folie viel zu dünn. Deswegen sind jetzt hier solche Knicke entstanden. Naja, weiß ich nicht. Werde ich vielleicht nochmal mit etwas festerer Folie probieren, aber ich habe zur Zeit keine. Aber so als Prototyp, sage ich mal, finde ich es eigentlich ganz schön geworden. Dann habe ich auch noch selber Schachteln gefaltet. Also das erste war jetzt eine Schachtel, die war schon fertig. Die habe ich einfach nur beklebt. Und diese Schachtel hier habe ich selbst gefaltet. aus so Musterpapier. Ich finde das total schön. Es ist relativ dünn, aber ja, ich fand das Papier einfach so hübsch. Und ja, an dem Deckel ist jetzt wieder so ein Blümchen dran. Hier oben solche Blätter, die ich ausgeschnitten habe. Und ja, wieder Strasssteinchen. Hier habe ich noch eine. Die ist auch aus dem Papier vom Action. Da sind so ganz kleine Punkte drauf. Sieht man jetzt ein bisschen schwer. Und das Papier ist ein bisschen besser zum Falten, weil das ist einfach ein bisschen fester. Ja, und den 3D-Sticker, ich glaube, das sind auch die aus dem Action. Ja, super schön. Ich mag die mega gerne. Ja, und hier kommt zuletzt noch die Box, die mir eigentlich so mit am besten gefällt. Und zwar hatte ich mir auch mal bei Ebay aus China diese Eckteile in Silber geholt. Ganz viele. Und ich wollte die ganze Zeit schon irgendwie was damit machen und wusste noch nicht so wirklich was. Und ja, bei der Box habe ich die dann jetzt hier einfach raufgeklebt und ich finde das einfach wunderschön. Auch hier mit diesem 3D-Sticker in der Mitte und ja, diesen Strasssteinchen am Rand. Der eine haut mir jetzt hier schon halb ab. Dann klebe ich nochmal richtig fest. Ja, ist halt auch relativ schlicht gehalten. Also so viele Komponenten sind gar nicht drauf, aber ich finde es wirkt trotzdem total schön. Und ja. Gut, das war jetzt alles, was ich so gebastelt habe. Mein Tisch sieht jetzt hier gerade aus wie Sau. Und ja, so, das war jetzt hier gerade so eine Flasche, die mir mein Freund mitgebracht hat. Das ist so eine japanische Limonade, Ramonet heißt die. die super lecker mit Himbeere, kann ich nur empfehlen. Wir haben auch noch etliche andere Sorten davon, aber Himbeere schmeckt mir bis jetzt am besten. Da ist so eine Glasperle dazwischen. Ja, okay. Und jetzt wahrscheinlich gar keiner interessiert, aber egal. Okay, ich hoffe, ihr hattet an dem Video Spaß und ihr könnt mir auch gerne irgendwelche Video-Vorschläge mal in die Infobox, nee, nicht in die Infobox, in die Kommentare meine ich schreiben. Die liebe Svanche hat mir auch schon so ein paar Ideen verraten, was ich mal so filmen könnte. Und demnächst wird auch noch ein Haul von mir kommen, weil jetzt so die letzten Tage und ja, im Laufe der letzten zwei Wochen, sag ich mal, sind so ein paar China-Sachen von mir eingetrudelt und ja, ich war auch beim Teddy wieder gewesen. Ja, und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!